Zurück auf diesem Universum. Ich bin perfekt gestylt und geschminkt. Ich bin krank. Ich bin krank, okay? Ich darf das? Hey und ganz herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin's wieder, Dani Udana und freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei diesem Video. Genau, ich bin aktuell krank. Und ich sitze hier vor meiner Kamera und drehe ein kleines Infovideo für euch. Denn ich finde, ich habe ja zwei Tage in der Woche, wo um 16 Uhr jeweils ein Video kommt. Das hat auch immer so gepasst. Ich war immer pünktlich, alles gut. Ich dachte eigentlich so Mittwoch, weil Mitte der Woche und Freitag, bevor es ins Wochenende geht, war voll die geile Zeit. Aber irgendwann habe ich dann gemerkt, nee, das ist dann zu nah aneinander. Also den Freitag möchte ich auf jeden Fall beibehalten um 16 Uhr. Ich weiß nicht, wann ich den zweiten Tag legen soll. Du, seid ihr jetzt gefragt? Habt ihr Lust, dass ich weiterhin um 18 Uhr ein Video hochlade oder soll ich lieber einen anderen Tag nehmen? Aber Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, ja. Auf jeden Fall möchte ich schon, dass zweimal in der Woche ein Video kommt. Ja, weil das kommt einfach gerade ziemlich gut bei euch an und deswegen möchte ich die zwei Tage auch weiter behalten. Wie gesagt, Freitag, 16 Uhr ist immer You Donner Time. Ja, also ihr entscheidet, ob ihr den Mittwoch beibehalten möchtet. Schreibt es mir bitte in die Kommentare, dann ist es sehr, sehr wichtig, dass ich auch eure Bedürfnisse und Wünsche berücksichtige. Dann schreibt es doch gerne in die Kommentare. Ich bin für Vorschläge eigentlich immer oft. Wie gesagt, ich bin gerade krank und sitze trotzdem krank vor der Kamera, obwohl mir meine ganzen Knochen und Gelenke wehtun. Auf jeden Fall ist es so ein kleines Infovideo und wie ihr auch gesehen habt, die letzten Videos, plötzlich hatte ich lange Haare, dann hatte ich wieder kurze Haare. Das liegt daran, dass ich Videos vorgedreht habe, einfach weil ich jetzt eine Ausbildung angefangen habe und einfach gucken wollte, ob ich das dann so hinbekomme. Es gibt jetzt immer mehr aktuellen Content, wie ich aussehe, wie ich mich verändere etc. Tut mir leid, dass es jetzt kein so, so krass langes Video ist. Es tut mir auch voll leid, dass ich hier mal ein Bildschirm gucke und Seiten in die Linse, aber ich probiere mich immer ein bisschen zu ändern. Ich wünsche euch allen einen schönen weißeren Nachmittag und wie gesagt, Däumchen nach oben geben. Hier unten könnt ihr mich kostenlos abonnieren. Hier in die Kommentare schreiben und Däumchen nach oben geben. Und lest euch doch bitte immer die Infobox durch, denn da werde ich dann auch immer noch Sachen reinschreiben und da seht ihr so den kurzen Inhalt von den Videos. Und ihr habt Lust auf Yudana-Time, dann wisst ihr was zu tun. Es ist einfach auf YouTube gehen, Yudana-Yudana eingeben und meinen Content durchsuchen. Bis dann in die Hände, ich liebe euch. Musik